Ich befinde mich hier gerade in Perth, in dem Inner City Apartments, wo wir die letzte Nacht verbracht haben. Es ist super nah an der Innenstadt, nur drei Kilometer entfernt. Wenn du mit dem Auto anreist, dann bieten die hier für 10 Dollar Parken an pro Nacht, was sehr viel günstiger ist als in der Stadt. Wenn nicht, dann gibt es hier freien Bustransport. Super praktisch, fährt alle 10 Minuten. Wenn du lieber Zeit im Hotel verbringen willst, dann gibt es hier den Pool und die Lounge, wo du entspannen kannst.